Hey, meine lieben Zuschauer aus dem Internet, was geht ab? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer weiteren Folge GTA 5 Online auf der PS4 mit der Crew zusammen. Und jetzt gibt es ein weiteres Video und viel Spaß beim Anschauen. Oh, nicht so gut. Ich mache erst noch wieder an. So, Bakur, wir müssen gleich landen. Ja, Sicherheitsservice am Flughafen. Wir müssen gleich landen. Hören Sie mich, hören Sie mich, bitte. Hören Sie mich. Machen Sie bitte Platz. Wir hier sind Profis am Start. Oh, oh, nein, nein. Oh, das war knapp. Okay, dann Flughafen sehe ich schon. Das ist schon mal gut. Oh, das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Flughafen, machen Sie Platz. Machen Sie Platz, Flughafen. Jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir. Oh, ja, das schaffen wir. Oh, das haben wir geschafft. Sieh mal an. Oh, guck mal. Wir haben überlebt. Oh, das ist schön, Bakur. Das ist schön. Das freut mich. Aber alle haben überlebt. So, könnt ihr auch starten vom kleinen Flughafen. Kommt da noch jemand? Ne, der da hinten. Das hat das nicht überlebt. Hier stehen noch welche. Komm her. Das da. So, dreht alle mal. Hier stehen ja genug. Und dann müssen wir gleich starten. Einmal drehen. Dann suchen wir uns noch was Schwieriges aus. Wir werden gleich ganz oben landen. Hier. In der Stadt hier. Da. Aber ich glaube, das wohl leben wir nicht. Dann werden wir die kleine Straße. Oder? Genau, hier in der Mitte. Muss gehen. War neu. Das hat Spaß gemacht. Tschüss. Ja. Ciao. Alles war mal cool. So. Seid ihr bereit? Für den Start? Dann starte mal. Los. Geil, oh, babo. So, dann ich. Hier stehen genug rum. Genau. So. Daten. Oh, oh. Was war das denn? Ja, komm. Ich schaff's hoch. Ja, wunderschön. Ja, Kovu kommt auf. Ja, und der nächste. Der hat aber einen Jax. Das geht nicht. Nein, ich hab einen Flügel verloren. Nein. Schnau steigen. Das geht gar nicht. Scheiße, ich brauch ein neues. Machen wir einen Rennen? Nee, hier nicht. Einen Dings nachher. So. Nee. Warte, ich komm gleich. Ich hol mal ein neues. Äh, da. Der hätte Lope auch gerne mitgemacht. Hier bei den Dings. Bei der Challenge. So, bleibt in der Luft. Ich komm auch gleich. Die es nicht geschafft haben. Da vorne stehen ja noch. Jo. Oh, das war sehr, sehr knapp. Portrits. Aha, kommt da. Aha, nee, steht da. Das ist, glaub ich, meiner, oder? Nee, das ist deiner. Oh, das war sehr knapp. Oh, das war sehr knapp. Wer war das denn? Minnelik, glaub ich. Keine Ahnung, oder? Nee, Maxi. Das war sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Dein Discount. Ich mach sie. Ach so, Maxi war das. So. Und? Wie sieht's aus? Da ist noch jemand. Nicht ja rein ran, bitte. Nicht ja rein ran. So. Komm ich da vorbei? Weiß ich nicht. Ausprobieren. Ja, komm ich vorbei. Das wird knapp. Das wird knapp. Ja. So, jetzt fliegen wir ganz im Norden. Ganz oben. In der Stadt. Da, wo die Hähnchenfabrik ist. Da werden wir landen auf der Straße. Also. Da, wo die Geschäfte sind. Zum Beispiel. Der Klamottenladen. Der Waffenladen. Nee, Waffenladen ist da nicht in der Straße. Aber der Klamottenladen. Da werden wir landen. Guck, guck. Wer es nicht weiß, kommt einfach hinterher. Ich glaube, wir schaffen wir nicht mehr. Ich liess mal nicht. Weil die Straße wird so eng, wird die. Ja, und den Film haben wir ja eigentlich mal fertig. Haben wir ja lange gebraucht. Für den Film. Ab nächsten Samstag, also diese Folge, das kommt bestimmt Ende der Woche schon, die Folge. Aber für euch, die jetzt gerade hier mitmachen, die Folge, der Film Teil 3, kommt am nächsten Samstag raus auf meinen Kanal. Und dann mache ich den Teil 4. Haben wir schon alles fertig gedreht? Brauche ich nur noch schneiden. Braucht man jetzt jetzt immer einen Monat. Für komplett einsetzen und so. Mit Dialoge und so. Das macht richtig Spaß. So, passt auf jetzt. Nein! Der Mast in den Weg. Hier sind so viele Mäste. Mast. Okay. Wer schafft es, auf der Straße zu landen? In der Nebenstraße, nicht auf der Hauptstraße. Guck mal, was haben wir hier denn? Das ist ja praktisch. Dann haben wir gleich ein neues. Jetzt aber schnell. Schaust du schon? Komm, Govo. Einer nur, einer. Noch einer geht nicht. Nur zwei Leute. Ah, hi. Da haben wir heute ein Geburtstagskind. Das ist Passi. Ade. Nicht schießen, nicht schießen. Wir werden mit dem Dodo in der Hauptstraße landen. Äh, hier in Norden. Ganz oben auf der Karte ist so ein kleines Dorf. Und da halt die Nebenstraße. Da, wo die Geschäfte sind. Wie zum Beispiel Klamottenladen. Da werden wir landen. Mal schauen, wer es schafft. Wir haben schon eine ganze Menge gemacht heute. Jetzt noch das. Und gleich noch was anderes. Wo ist die Straße da? Schaffen wir das? Ja, aber das schaffen wir. Müssen wir. Propeller ausmachen. Das Auto blockiere ich. Nein. Ja, ich hab's geschafft. Es ist noch heil. Ähm. Ja, es ist noch heil. So, noch jemand geschafft? Schaffen wir auch zu starten? Ja, mit dem Kampffschat nicht. Jetzt fliegt er mit dem Kampffschat. Ach so, Lammertin. Mit dem Dodo. Mit so einem Wasserflugzeug. So. Wir machen gleich was anderes. Ihr könnt euch gleich ein anderes Flugzeug holen. Einfach was Schnelles. Oder was Großes. Ja, aber kein Kampffschat. Oder keine Bersa. Oder keine Hydra. Irgendwas Großes. Ja, gucken. Steig ein. So, jetzt müssen wir erst mal starten. So, wie kommen wir jetzt noch? Geburtstagsspezial. Ja, was wünschst du dir? Jetzt geht der Motor aus. So. Wird schlecht. Ja, nicht schlecht, ja? So. So. Nein. Motor ausgegangen. Der brennt. Oh, oh. Oh, oh. Kovu, bestell mal einen Hubschrauber. Folge gefallen. Und möchtest auch gerne dabei sein, dann schau in der Videobeschreibung, dort ist alles verlinkt. Wie man dabei sein kann, wie man ein Teil sein kann, wie die Regeln sind oder vieles mehr. Oder Kanal der Woche oder Abonnent des Monats. Da könnt ihr wirklich alles erfahren in der Videobeschreibung. Oder wenn du Fragen hast, dann schreib hashtag deadpictures. Und dann deine Fragen. Frage 1, Frage 2, Frage 3. Es können wirklich alle Fragen sein. Oder Funfragen. Und das findest du alles in der Videobeschreibung. Und jetzt kannst du abschalten. Bis bald.